Hallo und willkommen zu einem kleinen Feuerwerksvideo und zwar ist heute in der Schweiz Bundesfeuertag 1. August Und da gibt es bei mir mal ein kleines Feuerwerk zum Nationalfeiertag der Schweiz Herzlichen Glückwunsch an die Schweiz und alle Schweizer jetzt zu gucken mit einem dicken Brummer Christelfontänen Von Leslie Ein paar Knatterbälle und Luftpfeifer Flotte Biene von Panda Und wilde Hummeln Naja die ging jetzt nicht Weizen Bis zum nächsten Mal. Gold und Silberregen. Gold und Silberregen. Gold und Silberregen. Und nochmal so eine Fontäne von Leslie. Zum Glück hat es ja hier geregnet. Donnert auch schon wieder. Und zum Abschluss nochmal eine Event Torch Red. Und damit alles Gute nochmal. Schönen Feiertag an alle Schweizer. Und dann bis zum nächsten Mal. Die Linse ist leider jetzt etwas bestanden. Ja tschüss. Die Linse ist leider nicht so ein bisschen. Die Linse ist leider nicht so ein bisschen. Und dann bis zum nächsten Mal.